Hallo, heute nehme ich euch mit auf eine Zeitreise bis in das Jahr 1905. Eine Reise in die Geschichte der Mikroskopie. Bereits 500 vor Christus benutzten die Griechen und Römer Lupen als Brenngläser. Sie wussten, dass man Licht in einem Punkt bündeln kann. Der arabische Gelehrte Al-Hazen beschreibt im 10. Jahrhundert nach Christus Geburt einen Lesestein, den er selbst erfand. Die Lesesteine wurden aus klaren Beryll-Kristallen herausgeschliffen. Das Vorbild für die Form der Lesesteine könnten unter anderem Wassertropfen geliefert haben. Hier habe ich einen Wassertropfen auf ein Polystyrol-Lineal gegeben. Er kugelt sich oberseits ab und unten sitzt er dank seiner Masse platt auf dem Lineal. Aufgrund der Oberflächenspannung zerfließt er nicht. In den nächsten Bildern können wir gut die Vergröße Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Und dann komm! Und dann komm! Und dann komm! Los geht los!